Wir haben Leute auf der Strasse gefragt, was ist der ungewöhnlichste Ort, wo du jemals intim geworden bist mit jemandem? Telefonkabine. Wo wird das ausgestrahlt? Oh, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Auf einem Bentley. Auf. Auf einem Bentley am Hafen. Mal eben den Schwimmbad. Schwimmbad? In a body. Ich habe am Strand gelebt. Und dort gab es auch andere Menschen, die dort gelebt haben. Und dann war ich in einem Trio mit einem Mann und einer Frau zusammen. Und ja, es war spannend. Am Strand. Am Strand. Also ich bin ja selbstständig mittlerweile. Wäre ja nicht gelogen, wenn ich sage, im Geschäft. Fraunfeld. Fraunfeld WC. WC von der Kaschemer. Das ist ein Club in Basel. Das war ein Club mit einer 31-jährigen Frau. Bei meinem Platz neben der Kathedrale von Lausanne. Im Wald. Im See. Ein Schiff. Ein Zug. Während einer Abrissparty irgendwo in einem Garten. Und das sind Top 4 Antworten.